Auch mit dem Der ist durch Der kann dann auch hier oben in richtung frankreich marschieren Kann man ruhig von hinten kommen Sind da, die warten da auch erstmal Große Prophet, Religion verbreiten Ja Da haben wir Den Christmas Ähm Der auch Selbst die haben Der auch Der auch Der hat noch nicht Die haben aber, die üben auch Druck aus Selbst die haben und die Also nicht Religion verbreiten oder machen wir Er so ein Er so eine heilige Städte Ich glaube wir machen auch so eine heilige Städte Es gibt sechs Glauben Es gibt sechs Glauben Er ist Ein großer Händler Okay Ah, jetzt haben wir das Ja schön, jetzt müsste er wieder Nahrung haben Ne So Wir können da erstmal Einen Hafen bauen Ne So schöne Hafenstädte Brauche auch einen Hafen Hier gehen wir Hier gehen wir auf Bank Hier mal glaube ich gleich erstmal Auf die nächste Runde Du bist ja zu weit Oh 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 Sieht doch Ganz gut aus Oh Ich hoffe ihr habt alle Nicht vergessen die Ohren zu stellen Ich habe es mir wieder leicht gemacht Ich habe es so bevor ich ins Bett gegangen bin Nach hinten gestellt Man will ja auch nicht zu wenig Schlaf kriegen So 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 eine Zeit Alter So Bei Da ist eine Abmachung ausgelaufen Ist okay Und die Achso Technologischer Fortschritt hat ein paar Punkte eingebracht Gut Langschwertkämpfer sind fertig Können wir zum musketieren Machen wir erst zum musketieren So Ihr kommt wieder dahin zurück Okay So Ja 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 Ihr werdet auch mal zum musketieren Ihr könnt euch gleich mit helfen Und nächste Runde. Ihr könnt euch in Stellung bringen. Ach, die armen Franzosen. Aber es sind auch eigentlich nur noch die Franzosen, die ich fallen sehen will. Wir haben, ich muss jetzt gerade überlegen, wir können uns hier hinten noch ausbreiten. Da steht uns ja nichts im Wege. Kannst du mindestens noch zwei Städte, vielleicht hier vorne noch eine zwischen, drei Städte. Zwischen die Stadt gestalten ist ja nicht ganz so wild. Ja, hier oben bringt es uns ja nichts. Da ist der Stadtstaat, da sind die Franzosen. Da ist auch nochmal Badendorf. So, hier unten könnten wir uns theoretisch auch noch mit zwei, drei Städten. Wenn wir die Franzosen einnehmen, hier noch eine Stadt zwischen oder so. Also drei, sagen wir drei. Nach hinten zwei. Das sind Fünfer. Plus eventuell dazwischen sind es sechse. Noch sechs Städte dazu. Plus die Franzosenstädte. Ich glaube das bringt einiges. So. Ein bisschen da dran. Gehen wir erstmal in die nächste Runde. Nee, die lassen wir nicht mehr. Da kann er uns was verbieten. Das war ja nur ein kurzer Freundschaftsdienst eigentlich. So. Was haben wir denn schon? Äh, die Stadt ist gewachsen. Sehr gut. Die wurde beendet. Da sind wir keine Freunde mehr. Das finde ich jetzt nicht ganz so schön. Dann machen wir euch mal einmal ein kleines Geschenk. Dann müssen wir halt mal ein bisschen investieren. Wichtig wäre Kiew jetzt da vorne. Petra soll mal bauen. Äh. Ach, jetzt wir gehen mal einmal richtig was ausführen. So. Petra soll mal bauen. Dann Petra kann nur in der Wüste gebaut werden. Wir haben ja nirgendswo Wüste, oder? Obwohl hier vielleicht. Äh. Auch nicht. Ist das alles eben, ne? Haben wir hier in der Nähe überhaupt Wüste? In der Bergland. Ist das auch alles eben, ne? Ist das keine Wüste? Hier unten ist Wüste. Und muss aber ganz schön weit runter. Hm. Äh. Kann man nicht. Können wir euch nicht bedienen. Mit der Petra. So. Aber. Orksha kann. Kann. Kann schreien. Kann schreien. Also nicht. Nehmen wir erstmal ne Werkstatt. Ja. Ein bisschen schneller produzieren, ja. Ähm. Hier. Nehmen wir erstmal ein Kondition. Du wartest jetzt erstmal noch ein bisschen ab. Dass alles so bereit ist. Du bist da. Du kannst dich da heilen. Ja. Die Ritter bleiben hier drinnen. Die Musketiere müssen noch mit hoch. So. Das dauert nämlich noch. So. Ah. Ah. Stellt euch. Ah. 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 Du kommst mal da rüber. Blebst da drinnen. zum aufpassen zum schutz machen wir erstmal die nächste runde ach ihr seid angekommen uns auch da drin das ist schön wir kommen in frieden die lügen uns tauchern das ist auch nur eine notlübe weil unsere truppen noch nicht ganz bereit sind was war das dann auch unser fährten laser ja du musst bereitschaft du jetzt auch ach da haben wir die hingestellt ja erstmal ran das sieht doch schon viel besser aus wenn du mehr da genug für gibst kriegst du meinetwegen noch 11 malen brauchen wir aber eventuell auch gucken wir mal pferde brauchen wir gar nicht so viele ja war schön dass wir sie haben das ist doch schön ich kann eine neue politik einführen ich glaube wir machen erstmal repräsentation kostet die nächste politik nicht mehr so viel und wir haben ein goldenes seite ja das ist alles bei kreber 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 ja da unten irgendwo liegen nicht ja du jetzt mal ein bisschen zurück ok ja ich will dich nach da ich dachte er kann schon über tiefes gewässer aber anscheinend machen wir erstmal burg für die verteidigung das was ich mach da noch ein braut so mit viel zu wenig unterwegs ihr auch boah ich find diese musik nach den stämmen richtig so richtig geil also das jaja das krieg ich dafür wo warum nicht reisen kann man demnächst noch gut gebrochen wir sind ja gerade in dem zeitalter schöner singapol will das monaco ja das hört man auch gerne ich kann jetzt kanonen bauen ich kann jetzt kanonen bauen so fabrikanlage erhöht mine erhöht und steinbruch erhöht ja das wird meine produktion noch ein bisschen anregen bleibst du jetzt aufbereitschaft nach da unten ja gut da unten ist auch krebel mach mal weiter da so erstmal kann ich eine neue forschung ich finde das mit dem mit dem baum viel besser ich könnte natürlich jetzt gleich weiter die ganze industrie zeit retter aber will ich ja gar nicht ich will erst mal die hier die windmühle würde mich interessieren auch astronomie schnellere fortbewohnung möglich gewässerten einheiten ozeaner zu überqueren das ist das was ich eben dachte dass wir das schon haben das machen wir jetzt auch erst man bringt uns nicht so viel hier aber da hinten wer weiß wie das dann noch weiter geht ich habe die welt noch nicht erforscht jeden fall noch nicht zu ende samöle wasser müde machen wir erst mal so nächste runde das sind ja nur fünf runden mit der astronomie dann haben wir ja noch ein bisschen zeit sind wir gerade 1600 nach christi wir laufen hier mit kanonen rum gleich so was du tun machen wir weiter automatisch wollte ich da ja nur in sicherheit bringen du kannst theoretischer von da aus dahin ja du kommst einer vorne du kannst zur kanone werden das machen wir auch ich kann mir einheiten kaufen Ja... Ah, ich muss erst mal... Bei Kiew noch ein bisschen hoch bleiben. Weil die können mir da sehr gut helfen. Sonst ist da auch keiner großartig in der Nähe. Ja, wir können uns... Einheiten kaufen. Inquisitor, Missionar... Das bringt uns im Moment nix. Dann müssen wir weiter gehen und... Da hab ich jetzt auch noch nicht die Lust dazu. Ah, hier geht's noch um die Babane. Ach, das ist schön, das ist schön, das ist schön. Ach, Kanonen... Ha, ha, ha. Hm... Die Burg ist auch fertig. Bushido, der Weg des Kriegers wird in der Gegenwart des Todes umgesetzt. Das bedeutet, den Tod zu wählen. Wann immer es eine Wahl zwischen Leben und Tod gibt, Es gibt keine andere Art des Denkens. Okay, ich wähle aber doch lieber das Leben. Aber schön, die Burg, ja. Singapur ist gesunken. Hanoi, überlässt euch eine neue Einheit. Oh, geil. Oh, schön. Oh, wie ist das toll. Mal gleich hier nach oben bringen. So. Der Bautrupp. Ich mach euch ja trotzdem... auf automatisch, ne. Aber umso mehr wir haben... Umso mehr kann ich hier... drauf hoffen, dass da mal ein bisschen was passiert. Das ist auch auf automatisch. Du gehst da mal raus. So. Kein Angriff an Stellung bringen. Natürlich. Das müssen wir schon mal. So. Dann gucken wir mal. Das Gerichtsgebäude ist da durch. Das ist schon mal schön. Oh, Jesus. Stellung. Wie haben wir da einmal? Bringt ein bisschen was. Was? Aber nicht so viel. Könnte ich Schmiede bringen? Mehr. Da haben wir zweimal was. Ne? No... Wir nehmen die... Wir nehmen die... Wir nehmen die... ...Werkstatt... ...bringt auch ein bisschen mehr. Neue Städte brauchen wir jetzt im Moment noch nicht errichten, weil wir die von Frankreich einnehmen wollen Das heißt, wir können hier erstmal die normalen Sachen ausbauen, wir haben so viel auf Wunder konzentriert da Erstmal eine Kaserne, wo ist denn die Burg? Soll man die hier auch grad sehen, das ist die verbotene Stadt glaube ich Die meisten Wunder stehen hier in der Stadt, das ist bei mir normal, die Hauptstadt macht die Wunder am schnellsten, was am ehesten oben ist Wo ist, wo ist denn die Burg? Die sieht Ja, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, schade Naja, gut Produktion wählen Heißt das was Machen wir bei dem beiden noch eine Runde Bautrupps Und bei dem Machen wir auch mal eine Runde Bautrupp Weil hier ist noch so viel zum Zum erweitern Aber ich gehen erstmal Erstmal auf den Markt Mal so ein bisschen Auf Geld wieder Müssen wir zwischen euch jetzt mal ein bisschen was ausgeben Nächste Runde Und dann können wir meine Dinge angreifen Die Kanonen sind Also die eine Kanone ist auf Position Die andere kommt vielleicht später an Angehörter nach vorne So, du kannst da mal ein bisschen erkunden Der Bautrupp Macht Modernisierung von alleine So, ja Das ist Das mit den Stadtstaaten Du kannst nicht allen immer das Beste tun Schmiede Bringt mir nicht ganz Gestellung Okay Jetzt haben wir zu Mal Vieh, einmal Pferde Dann bringt mir Stellung mehr Mast hier Gärten Hier machen wir am Markt Stadtmauer steht hier So Und dann Ah, die Handelswege fallen dann weg Aber Die können wir auch Woanders Ihr habt uns dezongiert Nicht das erste Mal Napoleon Ganz ehrlich Du bist das letzte Mal in Europa eingefallen Jetzt fallen wir in dich ein Das war ein Volltreffer Würde ich sagen Da bleibt er zur Unterstützung Die können wir schon mal Da hinbringen Die haben keine Stadtmauer Und die dürften nicht angehalten können Und du kannst Rausschießen So, nächste Runde Sind die eingenommen Ja Mein Gott Machen wir erstmal nun gut bei denen Das war das erste Mal Das ist nur wegen dem Krieg Das ist selber boni So Tannoy will die Religion trinkt Christmas Da kann man eventuell versorgen Du bist ja auch blöd Warum gehst du nicht hier runter Frankreich Was Frankreich stehlt Ist jetzt auch egal Die sind nicht mehr lange Also mal die Abmachung Sind weg Ist okay Ja Der war zu blöd Hanoi Muss ich mir gerade merken Ähm Hanoi Ist der Gucken wir uns ein bisschen da Dann können wir nachher Neu aufbrechen Machen wir erst die Produktion Gerade So Geber Kaserne Aquaduct Erstmal auf Aquaduct So Du kannst erstmal ein Schrein machen Das dauert ja nur eine Runde Bei dir Machen wir uns so So Genau Die Kanone hätte ich jetzt auch als erstes ausgewählt Ich schieße nochmal drauf Machen wir erstmal die Schwertkämpfer Machen wir erstmal die Schwertkämpfer weg Der Bautrupp Macht automatisch Die fallen hier jetzt ein Lion gehört mir Ah die laufen jetzt schon mal ein Die müssen wir dann erst nur noch ein So Ja klar Erstmal Gerätsgebäude Wie sieht es denn hier aus Du kommst voran Ich weiß gar nicht wo die ihre Stadt genau haben Hier Könnte ich mal vorstellen Mal schön in die Richtung Joa Sieht doch ganz gut aus Scheiß Franzosenpack hier Würde ich zu den anderen auch sagen Ja das ist jetzt nur wegen der Kriegsträberwohnung Das ist Joa Bisschen Gold Nehmen wir doch an Meine junge Dame Und steuerte künstlich über die Flut Homer Ja Das ist schön Das ist sehr schön Ein bisschen weiter gekommen Der Missionar Soll dahin gehen Du Du Sonst Ja Geh mal von da ran Erstmal Ein bisschen an hinten Bei der Musketierung bleiben wir Jetzt da drinnen Immer noch da Erstmal wollen wir hier Aber die positionieren wir erstmal Die Richtung Der Bautrupp Automatisch Abmachen weg Ja Das ist Nicht von Bedeutung werde Technologie Navigation Wenn man natürlich Aber brauchen wir eigentlich nicht ganz so Musiker Gelder Sixtinische Treppe Ja Das ist so Für die Kultur Gar nicht so Verkehrt Machen wir auch So Und dann haben wir Machen wir erstmal Und so Hier machen wir erstmal Gendarmerie Gendarmerie Was hängt halt Die Diebstahlrate Ich kann das nicht aussprechen Ha So In der nächste Runde Machen wir nochmal gucken Theoretisch Können wir mit dem noch hinterher Ja Da sind die Da ist Paris Das ist Ja Vielen Dank.